Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Old Man's Journey. Habe ich das jetzt mal Old Man's Sky gesagt? So wechsle ich manchmal wegen diesem... Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das ist Old Man's Journey. Wir versuchen über die Mauer zu hüpfen, oder? Genau, clever Umgang. Hier ist irgendwie eine Ruine. Ach, der geht da hin? Wie geht der denn da hin? Er springt hier hin und dann... Geil. Toller Weg, Opa. Toller Weg. So schlau war ich auch schon. Erstmal nach da vorne gehen. Ach, wir können dann hier ein bisschen runter gehen. Nein, nein, nicht schon wieder das. Da geht es ein bisschen hoch, da geht es ein bisschen runter. Hier können wir auch ein bisschen lang. Kommen wir auch hier hin? Nicht so wirklich. Immer noch nicht. Nein, ich wollte, ich wollte manitieren. Okay, dann müssen wir hier nochmal zurück. Ganz kurz. Und eventuell probieren, ob wir das da... Nein, hier? Nicht sogar ein bisschen runter kriegen? Doch, jetzt. Das funktioniert. Auf jeden Fall. Ich frage mich, ob er sich hier auf den Stein setzen wird. Ich meine, im Regen zu laufen, da kann ich mir auch Schöneres vorstellen. Die kommen hier noch nicht hin. Das gibt es doch gar nicht. Wieso kommen wir hier noch nicht hin? Hm. Können wir das da hinten ein bisschen höher machen? Nein. So. Nein, das geht alles nicht. Den Stein, auf dem wir uns gerade befinden, den können wir nie bewegen, irgendwie. Nein, stopp. 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 Oh Mann. Kann ich das nicht höher machen, dass es über die Mauer rausragt und die Mauer an sich weiter nach unten machen? Irgendwie so. Hm. Oder wie? Ach, jetzt komme ich da auch nicht mehr hin. Na, das ist ja toll. Ganz toll. Nein. Okay, jetzt habe ich mir komplett alles kaputt gemacht. Wie kommen wir jetzt nochmal hier hin? Mist. Ah ja, hier vielleicht? So. Mhm. Okay, das da hat nichts gebracht. Hier lang zu gehen. Dahin kommen wir nicht. Dahin setzt er zwar einen Pfeil, aber er geht nicht zur Mauer, also über die Mauer hinweg. Ich dachte ja vielleicht, wenn wir das ja hoch genug machen können, könnte er da drüber hüpfen, aber er macht das nicht. Er macht das nicht, weil wir kommen... Natürlich kommen wir so weit. Also mal gucken, was er hier macht. Nix. Ist okay. Mhm. Wir waren doch schon hier. Wir sind nur nicht hier nach vorne drauf gekommen, richtig? Ja, genau. Nein. Nein. Ach, ich dachte, der hüpft da jetzt so locker-flockig drüber. Hm. Ich verstehe nicht, wieso er diesen Weg nimmt, wenn er doch die Mauer ist. Warum er das als Option ansieht. Das funktioniert so nicht ganz. Das könnte funktionieren. Moment, nochmal zurück. Wenn wir jetzt hier rüber kommen und dann dahin. Das könnte funktionieren. Ja, manchmal dauert es ein bisschen. Keiner hat gesagt, das Spiel wäre einfach. Ach, jetzt aber. Guck mal, wie das läuft. Da geht aber schon mit Bretter. Latscht er hier lang. Ja, ich habe auch schon öfter nach so Spielen dieser Art gesucht. Für so zwischendrin einfach mal ein bisschen was anderes. Aber es ist nicht so einfach, was zu finden. Aber falls ihr irgendwelche Ideen habt, weil bald bin ich ja auch mit Simbury Park und Alien am Ende. Okay, Alien kam jetzt lange keine Folge mehr. Aber falls ihr eine Idee habt oder ein Spiel gerne sehen wollt, dann könnt ihr mir das immer gerne schreiben. Ich bin da eigentlich offen für fast alles. Okay, und jetzt komme ich nicht weiter. Das ist doch super. Ich wollte hier unbedingt hin. Hä, warum sind hier denn so riesige Münzen? Hat das einen Sinn? Moment. Ich mache das mal ein bisschen höher. Ich bin jetzt einfach total blind drauf losgelatscht. Ohne Sinn und Verstand. Hm. Aber höher geht das nicht? Nein. Hm. Was? Da kommen wir hin? Ach, da ist ein Durch... Das sieht aus wie ein Durchgang aber, ne? Ach, krass. Der ist ja immer so versteckt. Den sieht doch kein Mensch. Nein, ich wollte nur dumm rumklicken. Da können wir uns wenigstens hinsetzen. Hier ist zwar kein Steg. Ich weiß nicht, wie wir hier wieder wegkommen sollen. Aber reicht, um Pause zu machen. Ich muss auch mal einen Schluck trinken. Ach, Obst. Wir müssen ja immer irgendwas auslösen, damit die Erinnerung kommt. Oh. Weg ist die Flagge. Oh nein, jetzt ist doch ein Gewitter und wir haben uns gestritten. Unsere Frau wollte nicht, dass wir die Weltreise machen. Weil wir haben eine Tochter und sie wollte nicht alleine bleiben. Und deswegen gab es Streit. Ja, sowas ist immer traurig. Dass man wegen sowas streiten muss. Oder was denkt ihr, weshalb die gestritten haben? Oder was diese Garte zu bedeuten hatte? Ich denke, es ist, er wollte eine Weltreise machen. Mit dem Schiff. Und schon sind wir auf dem Weg ins nächste Kapitel. Oh. Ich möchte jetzt keinen... Danke. Dankeschön. Danke, Computer. So, wir folgen den Münzen. Hier ist auf jeden Fall kein Tor. Nein, ich wollte das hintere. Hm. Kommen wir hier trotzdem durch? Das würde mich jetzt ein bisschen wundern, ehrlich gesagt. Weil hier sehe ich jetzt wirklich kein Tor. Natürlich geht das auch nicht. Wir müssen vielleicht... Hm. Hm. Hm, hm, hm. Aha, aha. Oho. Ja, okay. Oh, da ist was weggerollt. Ah, warte mal. Können wir damit die Mauer kaputt zerstören? Die Mauer kaputt machen. Komm, gehen wir da vorne hin. Ja, genau da rein. Jetzt machen wir hier. So. Zack. Nicht? Nochmal. Und nochmal. Wee. Ja. Oh, ey. Genius. Das nenne ich mal... Clever. Oh, da unten war noch eins. Das haben wir jetzt eingenommen. Da waren zwei. Ich hab's gesehen. Ich hab's genau gesehen. Oh nein. Oh nee. Ich will da nicht hin, wenn's sonnert. Also wenn's blitzt, dann ist ja nicht so schlimm. Nur der Blitz. Sonst ist es letztens auch gewittert. Und ich hab aus dem Fenster geguckt und der Blitz war so hell, dass ich Sterne gesehen hab. Gewitter an sich ist ja cool, aber... Naja. Kann auch gefährlich werden. Vor allen Dingen unterwegs. Wir kennen ja das Sprichwort. Suchen sollst du suchen. Eichen sollst du weichen. Wo kommen wir hier hin? Ach, müssen wir hier schon wieder eine Mauer durchbrechen. Stopp. Oder? Okay, roll mal. Die Rätsel werden immer komplexer. So, erstmal ein bisschen hier runter. Nein. Hier und jetzt da. So. Zack. Und gelöst. Wir müssen jetzt nur noch lösen, wie wir da rüberkommen. Nein. Hm. Da kommen wir so schnell nicht hin. Moment, wir gehen nochmal auf den anderen. Hier, vielleicht können wir da hoch. Nein, nein, stopp, stopp. Ich bin doch gar nicht soweit. Nein, nein, soweit jetzt auch nicht. Stopp. Ei, 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 ei. Opa. Ähm. Wie kriegen wir das hin? So. So. Nein. Nein, so nicht. Dann gehen wir nochmal zurück und machen das da vorne ein bisschen runter. Mann, der Blitz hat jetzt schon dreimal neben uns eingeschlagen. Ach, da kommt... Das geht nicht. Okay. Nein. Da hin. Die Spitze hier vorne, die geht nicht runter. Mit der müssen wir leben. Also... Muss das so? Hä? So. Jetzt kommen wir aber da rüber. Ich verstehe nicht, warum wir die Mauer kaputt machen müssen, wenn wir so da rüberkommen. Oder müssen wir am Ende doch da unten lang? Mal gucken. Da oben geht's nicht weiter. Gut. Das erklärt halt einiges. Hm. Ja. Okay. Nein, nein. Ups. Ups. Oh mein Gott. Chaos. So. Und dahin kommen wir wie... Hä? Das ist nicht so einfach. Da unten, das können wir noch nicht so gut bewegen. Hier geht's so hoch. Aber das wollen wir ja gar nicht. Unbedingt. Das macht auch keinen Unterschied. Hm. Wir können das hier nur höher machen. Aber wir kommen dadurch nicht hier hin. Da kommen wir dann nicht hin. So kommen wir jetzt hin. Nicht? Nein. So kommen wir da hin. Alles klar. Schaut mir zu und verzweifelt. Und darüber. Na gut, da müssen wir wahrscheinlich hier hin plumpsen. Und hui. Auf jeden Fall. Gehen wir da runter. Ich sehe ja gar keinen anderen Weg. Hier muss eigentlich schon klatschnass sein. Aber wenn es regnet, ist es eh egal. Ah ja. Hier sind wieder ein paar wunderschöne... Rätsel. Nein. Komm, bleib mal hier. Wir wollen nur durch die Mauer. Hier kann ich auch mit der Maus interagieren ein bisschen. Oder? Nach unten. Nach oben. Nach unten. Nach oben. Aha. Hier ist noch eine Mauer. Hm. Können wir hinter... ...dem Mühlrad hier vorbei? Nein. Das geht nicht. Hier war noch ein Rad. Das haben wir gesehen. Und ob wir es hinkriegen, die Mauer zu durchbrechen, sehen wir auch schon wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.